Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 38 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 700 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.